Icon Aqua Wassernebelanlagen schützen mit sehr kleinen Wassertröpfchen effizient vor Feuer. Dank der niedrigen Betriebsdrücke und des geringen Wasserverbrauchs benötigen sie weniger Wasserspeicher, kleinere Pumpen und keine speziellen Rohrleitungen, was sie zur idealen Wahl für Eigentümer und Betreiber von Parkhäusern macht. Der neu entwickelte U16 Wassernebelsprinkler vergrößert das Einsatzspektrum weiter. Icon Aqua schützt nun auch Parkhäuser bis 3,6 Meter Deckenhöhe, als erstes vom VDS zertifiziertes Niederdruckwassernebelsystem auf dem Markt. Um die Leistung des neuen U16 Wassernebelsprinklers sicherzustellen, wurde er strengen Brandtests unterzogen, bei denen er klassische Sprinkler in Kriterien wie Deckentemperaturen und Schäden an Fahrzeugen in der Nähe des Brandherdes übertraf. Der U16 Wassernebelsprinkler wurde deshalb vom VDS für Trocken- und Nassanlagen anerkannt. Icon Aqua ist ein äußerst vielseitiges System, das sich zum Schutz verschiedener anderer Gebäudetypen anbietet, wie beispielsweise Krankenhäuser, Hochhäuser, Hotels und Museen. Außerdem eignet es sich hervorragend für die Nachrüstung von Bestandsbauten. Damit hat Icon Aqua das breiteste Anwendungsspektrum aller VDS anerkannten Niederdruckwassernebelsysteme. Erfahren Sie mehr über Icon Aqua Wassernebelanlagen unter www.minimax.com.